Hier sehen wir den Fitnessraum. Neue Geräte kommen jetzt noch hier mit dazu. Die sind schon bestellt. Man kann auf jeden Fall schön ein bisschen Gymnastik machen. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Das Einzige, wenn man auf dem Laufband ist, man kann raus auf die Straße schauen. Bist ist die Straße. Die Straße ist 1, 2, 3, 4, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9, 10. Die Straße geht damit ab.